Ich weiß, wo ich grad bin Zeigst du den Weg und führst mich hin Du bist für mich das größte Glück Gibst meinem Leben meinen Sinn Denn du bist mein Antrieb Da muss ich wohl jetzt reinsweiten Du bist mein Engel, wirst mich tragen Aber nicht wegen Daniel Daniel, Stylien schuldet mir jetzt etwa Praximal 12 Trees Und ich hab jetzt mit ihm gesagt Ich fahre jetzt die Strecke Wenn er gewinnt Und bevor er ins Ziel kommt Dann erlass ich ihm die Hälfte seiner Schuld Wenn ich ein erstes Ziel komme Schuldet er mir zwei weitere Trees Also wenn ich jetzt erstes Auf alle Fälle Mein Controller will gerade nicht Ja, ging mir auch gerade bei einer Runde Ach, wo Anubis mit meinem Controller Wieder abkackst So, ne Verweird an, dann zählt das halt auch nicht So, ich komm gar nicht von Flake Bei mir geht nichts Zieht lieber raus und steckt ihn wieder rein Hab ich schon Aber das spinnt halt manchmal Das war halt dann Ja 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 Vielleicht nach der Runde nochmal nicht Du bist mein Engel Du bist nicht da Nika Wie weißt Du bist mein Engel Du bist mein Engel Du bist mein Engel Du bist mein Engel Und hier bin ich jetzt wahrscheinlich zwei Kiesel Minus Wieder mal Hehehe Ich bin gern noch zwei Runden, aber... Mh, das ist... Naja, bei dir steht's aber meistens ziemlich fest unter dem Runde gegen die Fers Warte, nein, nein! Oh, die Babel ist an mir vorbeigegangen Könnte ich abwehren Alte, zwei... No way, haha, ich dachte schon Wird schon so sein Abstand zu uns, ne? Äh, mein Controller will nicht mehr, ne? Du musst mal ausziehen oder neu reinstecken, hatte ich schon was drauf Der Menü und so funktioniert alles, nein Oh, hier Aber wenn ich gegen eine Hamster-Wackung gefahren habe Ich bin in meine eigene Blase gefahren Ja, moin Das war schon einfach noch wieder komplett heute Da krieg ich noch ne Gelb ab, ich glaub's nicht Wollte ich ins Rangier einladen? Wenn dich alles verdrückt, denn eines Tages kommt das Lachen zurück Ja, du wirst dich einzuhören, Digga, das ist grad unmöglich Warte, 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 warte Ah, Unbedingt Auf die Fahr Ja, ich bin kurz gedankt die rote abwehren, Alter Deine rote? Nein, nein, da kam gerade ne rote hinter mir Und die kann ich noch grad so abwehren, Alter Das war so Du musst mir die Kante hier aufhören Ich hab's mir den Kanal wieder aufgehört Komm H2 H2 Und ich sag din vorderen Kano Die Alarpte, die meine Scheiße sind so gut Du gemützlich Der lacht sich ein für feuchten Schade Freude Du hast voll die Piepstimme, Alter Ich weiß gar nicht, dass du hast Jetzt schick mal Einladung hier Ne, kennst du den Opa, der da in der TV-Show sitzt? Und sie ist auch einladend Versteht's halt nicht von der Sache So ne, aber da steht halt eine Textmutter wie mit der Märklin oder sowas Also halt den Kopf hoch, wenn dich alles ertrüft Denn eines Tages kommt das Rücken zurück Es ist nicht da, wie du noch mal gezogen Eine Runde da bleiben Ich glaube nicht Oh, meine letzte Ne, wieder da Halt die Schnauze Jetzt Halt die Schnauze 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 Du würdest auch Dings ausmachen müssen, man. Ohne alles. Ohne alles muss man es. Ja, aber dann hat Steilek ja keine Chance, das kann ich ja nicht mehr geben. Das Leben ist hart. Na, gewettet wird's wieso nicht mehr? Ja, lass dich auch weiter in der Scheiße. Ne, ne. Alter, der kommt gar nicht mehr klar. Bei ihm ist ganz komplett vorbei. Oh, ja. Der ist ein Stück Scheiße. Ich hoffe, die Deilikes. Auf der Geduld. Wenn euch die Leute zwei gehen. Ne, 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 ne. Nö, nö, nö. Du weh. Und was für vieles geht es denn überhaupt? Random Game Keys von Team. Äh, also von MMU-G-Armung. Der kostet ein paar Sätze. Und dem du am Puck vielleicht maximal zum Ball. Der kostet voll die Scheißspieler, ey. Das ist doch egal. Gattes Top sind Mutebolism. Ja, das hast du auch schon vor. Ich habe noch ein paar auf meinem ging. Ohne Witz. Ich könnte da weinen deswegen, ey. Ja, ich könnte auch weinen ja. Gerade eben wollte ich mein Auto nehmen ja. Bahn Alter schon wieder der immer die gleichen hier mal diese Brust weiter hier ich schon, ich lebe in der harten Realität ja wo ist denn deine harte Realität Bahn? ja die ist so arg die ist absolut im Minus in dem Portemonnaie von Anubis ne ich meine Platz mäßig wie meinst du das? ja ob ich nicht abschuggelt achso ja komm warte mal bitte ha ach du bist wieder erster hätte ich jetzt gewendet da wäre ich wieder erst zurück gewesen doch ist der nicht vorbei na das geht vorhin auch so doch ist er nicht vorbei doch kannst du alles schaffen es hat gefühlt die halbe Strecke Abstand aber doch geht alles mit ja Daniels hat dich was soll ich davon sagen? nein ne also sag ich halt nicht obwohl ja was willst du sagen? wenn du genug üft dann holst du mich ja scheiße ey 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 ich hoffe das wird das wird mit mir zu tun das wird mit mir zu capturen was? ja das ist Aufpassen, dass er sich mit hat, dass er sich gerade so zu entbrüht hat, dass er sich gerade so zu entbrüht hat, und es wurden die echt mithalten können, damit er das Fett ist, und dann werden wir jetzt so an, ey. Kann man eben bald kapfen. Ich glaube, wie ist es denkbar? Oh, Daniel! Wer hat die Steady erwischt? Ich bin auch noch in random, wer hat die Steady erwischt? Nein. Ich bin auch überraschend. Das ist auch für dich, Daniel. Hey, nein, ich. Mal!